Ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben wünschen wir unseren Kindern. Ihre Lebens- und Lernbedingungen formen ihre Persönlichkeit und ihren Charakter. Eltern auf der ganzen Welt haben den Wunsch, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie ihren Platz im Leben finden und erfolgreich sind. Doch nicht alle Kinder haben die gleichen Voraussetzungen. Um ihnen alle Chancen und Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft zu geben, braucht es neben der Unterstützung der Familie vor allem auch die der Gesellschaft. Klaus J. Jacobs setzte sich sein Leben lang dafür ein, Kindern und Jugendlichen eine Zukunft zu geben. Er hatte große Visionen, engagierte sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt. Sie zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen und sie auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu unterstützen, war sein Ziel. Klaus J. Jacobs war ein erfolgreicher Unternehmer. Er machte Milka, Toblerone und Jakobs Kaffee zu großen Marken. Neben Entschlossenheit und Weitsicht zeichnete ihn auch sein soziales Verantwortungsbewusstsein aus. In diesem Sinne handelt heute sein Sohn. Als Vorsitzender des Stiftungsrates führt Johann Christian Jacobs die 1988 gegründete Stiftung ganz im Sinne seines Vaters fort. Die Jacobs Foundation hat das Ziel, junge Menschen zu fördern und sie stark für die Zukunft zu machen, sodass sie zu integrierten Mitgliedern unserer Gesellschaft werden. In Kindern und Jugendlichen liegt unsere Zukunft. Sie sind ein entscheidender Motor für Innovation und Leistungskraft, um die Welt von morgen zu gestalten. Als eine der großen europäischen Stiftungen setzt sie sich weltweit für eine erfolgreiche Kinder- und Jugendentwicklung ein. Die interdisziplinäre Forschung ist dabei ein entscheidender Schlüssel. Denn die Erkenntnisse aus der Wissenschaft bilden eine wichtige Grundlage, um innovative Wege in der Praxis der Kinder- und Jugendentwicklung gehen zu können. Dazu steht die Stiftung mit den entscheidenden Akteuren aus Bildungspraxis, Politik und Forschung im ständigen Dialog. Wie im letzten Jahr zeichnete eine internationale und hochkarätige Jury der Jacobs Foundation Menschen oder Institutionen aus, die die Vision der Stiftung teilen und weitertragen. Diesen Award, die ein Tribut zu Klaus' humanitären Vision, wird über die Zeit als Nobelpreise der Forschung im Jugendentwicklung bezeichnet. Wissenschaftler, die mit ihrer Arbeit vor allem Grundlagen schaffen, tragen dazu bei, dass wir heute über fundiertes Wissen in der Kinder- und Jugendentwicklung verfügen, um gezielt zu einer erfolgreichen Entwicklung junger Menschen beizutragen. Sie werden mit dem hochdotierten Klaus J. Jacobs Forschungspreis ausgezeichnet. Für herausragende praktische Leistungen in der Kinder- und Jugendentwicklung vergibt die Stiftung den Best Practice Award. Die Klaus J. Jacobs Preise möchten ein Zeichen setzen für die Notwendigkeit eines verstärkten öffentlichen und privaten Engagements im Bereich der Kinder- und Jugendentwicklung. Dafür gilt es, ein Bewusstsein in Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft zu fördern. Vertrauen und Förderung gibt jungen Menschen Chancen und Möglichkeiten für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Für die Berge braucheiere und Kohle- und v trabajeiere, naprawdę herwärts sind, sodass selbstverständlich. Vielen Dank.